ich drücke auf play online ja und ich glaube danach kannst du mich einladen möglicher ich habe infos zum freundepass und wenn es den freundepass so j ich kann auch wenn man einen anderen spieler mit dem freundepass einladen dann kann man das erste kapitel spielen ja mit von dir ist schon wir haben gezeigt an dass ich mit dir drin bin spektrum 32 er zeigt mir nur keinen controller bei dir an sondern er bei mir zeigt dann bei dir auch eine weltkugel ja okay das soll wahrscheinlich nur online spielen so okay okay alles klar direkt los okay wunderbar ist der brief passt scheißhaus hey hey wie war dein Tag? großartig die Toaster wurde verbrannt und Rose hat ihre Zutaten verbrannt. wie ging es zu dem Diener? dem Diener? nicht erzähl mir, dass du über die Dienerabendung verbrannt hast. nein ich habe es nicht vergessen. Ich dachte, du hattest dich morgen hervorragend. nein, es war heute. Ich arbeite morgen. aber es ist sattdessen. ich weiß, ich muss über die Zeit arbeiten. du musst das jede Woche machen? oh, Cody, ich bin nicht in der mood für diese Diskussion wieder. hey, hey, Rose braucht beide von uns, okay? das ist nicht fair. ich habe nur geblieben. wahrscheinlich. oh, scheiden sich ja, hast recht. das sind unsere spielfiguren, ne? ich glaube, ja. ja, wir bleiben immer noch Freunde bleiben. ich liebe dich, Cody. ich liebe dich auch, mate. siehst du eine Voodoo-Priesterin oder was? ja. steckt jetzt gleich zwei Nadeln rein oder ein Teil der Eltern da oben. ja. oh. oh. wem willst du? ich würde die blauhaarige spielen. dann nehme ich Cody. okay. bleibt mir keine Wahl. ja. ja. jetzt schon wieder diese McDonalds-Tüte da unten. hm. aber die sieht ja fast schon so aus wie eine von den Frauen aus A Way Out. ja, stimmt. kann ich nur... ...eine Sekunde nehmen? okay. jo, die hat ja nur so krankes Spielzeug. äh. Rose. honey. du weißt, dass wir dich lieben. richtig? ne. nur ein Strich. und dann wird der Text. ja, ich meine so. er steht, wenn er den Namen sagt. Rose. was ich versuche zu sagen, darling, ist das... ach. äh, warum war der irgendwie komisch geschrieben? ja, bei mir steht Rosi. mhm. wir haben entschieden, unsere separate Reise gehen. okay. kann ich gehen und in meinem Zimmer spielen? äh. ja, ja, natürlich. ja, 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 ja. wir wollen entscheiden, ne? ich, ich geh mal kurz in mein Zimmer und sie haut einfach ab. ja, richtig. die hat fünf oder so. okay. was ist denn ihr Plan? vor allem, die hat oben fortstehen, weißt du? mhm. dr. Hakim, du musst mich jetzt helfen. sie müssen zusammen bleiben. okay. sie ist wirklich irgendeine Voodoo-Priesterin. ja, sie sagt der Schwarzenmagerin. schau. es steht hier, Liebe ist Arbeit, siehst du? du kannst damit arbeiten. du kannst einfach nur aufgeben. mom? dad? ich wünsche, du könntest wieder Freunde sein. das hat sie jetzt an die sieben Pfade der Hölle gechantet, oder? ja. jetzt waterboardet sie uns. oh ja. warum muss er denn keine Augen haben? ah! oh! 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 sind das die Eltern? ja! du siehst wie eine schwelle! hm! oh! 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 Wäre lustig, wenn das nur ein Werbespiel für dieses Buch ist. Er springt sofort in den Tod. Oh, Mei! Oh! Oh, du bist zurück! Dark Souls-Mechaniken, ja. Ja. Genau! Okay, ähm, Herr, ähm, Buch? So, ähm, wie wachst du dich? Cody! Mei! Hey, you're here to fix your relationship. We just fixed it. Ja, ja. Ja, wenn man sich trifft, okay. No! I will help you fix your relationship. Chapter one! Fix your relationship! Okay, sehr gut. I promise your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, what? Mei, Mei, it's Rose. Come on, let's get her. No, she must know what's going on. Butterflies floating in the mountains, like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? Ja, Spitzkrieg. Oh, Spitzkrieg. Ja! Oh, junge Dark Souls. Und hier, Cuphead. Junge, was bist du denn für einer? Ah, ja. Wuhu! Junge, ja? Wenn du den rechten Stick reindrückst, dann visierst du mich an. Ah, okay. Nice. Und man kann sprinten mit dem anderen Stick. Ah, ja. Alter, holy shit. Hey. Wie das aussieht bei dir? Hä? Was war das hier gerade? Hey? Ich glaube... Hä? W-what ist das? Junge, ja hab ich gerade gesehen. Alles für die Wissenschaft. Ja. Ah ok, man kann klettern. Glaube mal. Oh. Nice. Ok. Mhm. Woah, Mei. Mei, ah, sie sind hier live. Was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Wir können diese Stärkasse ohne diese Fusen. Aber... diese Fusen? Sie sind einfach... sie sind weg. Ich meine, ihr seht sie mit ihren kleinen Fusen. Wollt ihr über das, Lose? Lass uns sie zurückbringen. Mein Körper fühlt sich weir, weil du von einem gemacht hast. Hä? Na, dann müssen wir uns jetzt hin beim Wuseln. Warte mal kurz. Ist das bei dir jetzt pausiert? Ja. Ah ok. Ich muss das Spiel mal lauter machen. Alles klar. Kein Problem auch. Du fühlst nicht weir, oder? Ja, viel besser. Ich glaube, die wird vor uns wegrennen, so wie das aussieht. Sie sind hier. Sie werden schneller, desto mehr ich bin. Ich hoffe so. Oh Cody, wir haben die Fusen. Das ist nicht die Besten. Das machen wir jetzt ne Stunde, dann hör mal auf. Walljumps, ok. Jaja. Aha. Oh, es ist verraten. Lass uns das weg wegrennen. Lass uns das weg wegrennen, hm? Oh, komm hier! Achso, wir drucken. Hä? Hast du Sprinten? Okay. Okay. Aber warum? Keine Ahnung. Ein Sieg? Ach ne, ein Zahn. Was ist das? Äh... Achso. Ja, ja. Auf drei würde ich sagen, ne? Okay. Können Sie sich mit mir beurteilen? Perfekt. Nice. So, und jetzt? Warum haben wir das jetzt gemacht? Ja, ich frag mich auch. Hier irgendwas passiert? Ne, man sollte erstmal die Probleme finden, bevor man die Probleme löst. Ja, hast recht. Hä? Ähm. Achso. Junge. Ah Leute, man kann sich einfach festhalten? Ja, scheinbar schon. Warum? Was? Keine Ahnung. Holy shit. Okay. Ähm. No. Nice. Ja, aber so. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass man sich bei dem wahren Ding festhalten kann. Ne. Okay. 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 Man rutscht dann auch immer so ein bisschen. Ja, ja, genau. Man rutscht runter. Geh mal in die Säge. Wow. Perfekt, Junge. Das ist die richtige Mario-Akrobatik, die man machen kann. Ja, ne? Nice. Ähm. Easy. Junge, du bist so ein Genie, Alter. Jawohl, Alter. Oh, ich bin der Beste. Erstmal Probleme analysieren, hast recht. Probleme analysiert, ich bin oben. Oh ja, und ich rutsche automatisch runter. Fick dich, Alter. Ah, in oben. Typisch. Ja. Mit typischem Frister. Ja. Unten festhalten. Achso. Und jetzt muss man den... Oh! 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 Hey, Mei! Habt ihr meinen Flips gesehen? Oh, wir sind nicht hier, um Flips zu machen. Oh nein. Du bist richtig. Das ist wirklich sehr. Wir haben dich durchgeführt. Ja. Okay, das ist der letzte. Lass uns das rein! Äh, dieses Brett hier ist nicht richtig... Oh, Secrets. Weiß ich nicht. Nee, die sind alle nicht richtig. Sollen die beide gleichzeitig irgendwie runterdrücken? Möglich. Tau mal. Eins. Zwei. Drei. Nee. Hm. Hm, na gut. Kein Secret. Oh. Kommt bestimmt noch. Ich bin sicher. Let's go! Oh lol. Was für ein Arschloch. Oh! 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 Oh, was hat gerade passiert? Oh! 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 You must be the worst of this, now you have directly lost, are you giant? Get out of the way! Of course! Get out of the way! I need to go and talk to my daughter! Just... Your daughter? Oh! You talk like you own her. Ask yourself. Ja. Okay. So schau, oder? Ja. Ah, ja. Neue. Yo, Vacuum, que pasa? You know who this guy is? Let me tell you. This is Cody. You know, the guy could suck up all kinds of crap in your stomach. Neue. No, that's you. That's you. You've ruined my bowels with all that crap. Crap? What, I was just sucking up dust. That was it. Okay. Oh, nein. Was geht neuer? Ja. Ja. Oh, look, da ist es... Du nimmst das... Just. Well, ich meine, du weißt, was ist... So, das ist, warum es zerbrochen ist. Es war deine Schuld. Du hast gesagt, du hast mich fixiert. Danke. In der Fall, du hast mich hier rausgebracht. Ja. Okay. Okay. Ja, das war's. Okay. Das sah jetzt wirklich nach einem Boss aus, ey. Ja. Hm. Du willst zurück zu Rose? Ja. Du willst mit deiner Daughter sprechen? Ja. Dann musst du das Vakuum schrauben zusammen. Oh, komm mal. Ähm. Ja, komm, es macht schon etwas Spaß. Ja, ja. Aber... Der Charakter stört ein bisschen. Richtig hart, ne? Ja. See you later. Hasta la vista. Good luck. All right. Bye bye now. Crazy guy. This would never have happened if you hadn't broken it. Ja. Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum clean is alive. Well, now we are. Huh? Maybe we're stuck here forever. Forever. No way. We're getting a divorce. Yeah, I know. We're getting a divorce. But we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. I wonder where that annoying book even came from. He said Rose bought him. You don't sound like a book you would buy. No. More like pretentious self-help book you'd buy. You know, self-help books are very important to some people, okay? Hey. Forget about the bullet budgeting. In the car, let's get back eled out. Oh. I don't need you to swim in the car. There's something at the 어르�ству. Time to get back see where I'm burning out of air, aren't you? atoriums. You rang in unless there's something. Yeah. Hmmm. Oh. Oh my God. Oh, no. Oh no, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. Oh. Oh. Achso. Ja, warte. Ich hab's schon. Geh rein. Ich reite ihn. Nice. Jawohl, ich hab... Oh Gott. Ja, tschau. Kann man irgendwie taunten? Nee, ich glaub nicht. Nee. Oh. Hm. Ja, ja. Springen, Doppelsprung und flitzen. Das sieht nicht richtig aus da hinten. Oh, das sieht hier nicht richtig aus. Willst du eingesorgt werden? Ja, warte. Dann land ich am Wasser. Na, Quatsch. Nee, nee, auf der anderen Seite. Nee, aber das geht auch rein. Siehste? Ja, gut. Danke. Geh mal auf die andere Seite. Versuch's einfach. Versuch's. Okay. Das wollte ich im Video haben. Ja, ja. So, lass dich einsaugen. Okay. Okay. Jetzt haben wir's umgedreht. Ja. Nein! Schnell! Nein! Ich fang nicht hin! Achso, okay, passt. Okay, nice. Ey! 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 Oh Gott, ich kann ihn nicht halten! Kannst du nicht oben halten, den Schlauch? Nee! Und jetzt? Äh, okay. Fangen wir gleich raus. Oh! Oh Gott! Oh, ich werd beim Busel hier! Holy shit! Ja bitte! Ich wusste es! Achso, und jetzt? Jetzt muss ich ein Puzzle lösen. Nice. Ähm. Warum ist denn das Ding hier? Oh! Oh! Ah! Oh Gott! Jetzt müssen wir... Ja, aber da sind drei Dinger, ne? Ja, drei gleichzeitig halten. Okay. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir... Ja, aber da sind drei Dinger, ne? Ja, drei gleichzeitig halten. Oh Gott! Ich, ich, ich... Oh Gott! Da hast du mich dann betäubt. Ja! Oh! Ganz knapp. Ja. Wie soll ich das machen? Nice! Also vorher kann man Sprit nicht gerückt halten. Man muss es dann machen, sobald man frei ist. Okay. Nein! Müsste ich mal da unten landen. Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Nein! Spawn campst du mich? Vielleicht. Da kommt er. Okay. Easy. Aber mit B kann man sich fallen lassen. Mhm. Okay. Ach so. Ja. Rein. Ähm. Okay. Ach so. Ja. Genau. Ähm. Okay. Nein. O Spann. Einfach, einfach. Ja ja. So was passiert, wenn ich das hier mache. muss ich mich daran festhalten muss doch wie genug halten und ja oder kannst du drauf springen einfach warte mal hier selber hatte ich habe kein sohn dass du wollte machen das muss doch gehen ja ich rutsche schnell genau jetzt gibt mir den einfachen weg was macht das ach so das automatisiert ok ok Oh nein! Nein! Du Mörder! Nicht mit Absicht. Ja! Okay. Die muss nach oben, glaube ich. Oder auf die andere Seite, ich weiß es nicht. Oh ja. Ah nee, hier geht's rein. Ja. Geh zum nächsten. Nice! Weiter. Okay, sehr gut. Jetzt musst du's nicht machen. Ach so, hm. Verstanden. Okay. Okay. Nice. Oh Gott! Fliegende Roombas. Ja. Ja. Ist das ein Feuerhazard? Wo genau sind wir jetzt? Wir sind im Staubsauger, ne? Äh... Ich hab mich keine Ahnung. Ja, doch. Ja. Ja. Ja, nur... Ach so, ich hab's verstanden. Ach so, ich komm beim Staubsauger raus. Ach so. Ach so. Nice. Ja. Okay, nice. Okay. Okay, warum? Oh. Ja. Äh, was ist das? Ah, hier war eine Maus drin oder so. Das ist gut, ey. Das ist gut, ey. Oh, Mann. Oh. Deswegen hat's also 10 von 10. Ja. Okay, hier ist nichts. Oh Gott, okay. Oh Gott, okay. Oh, da ist der Stumpf, ey? Oh, okay. Oh, das war ein bisschen zu viel! Nein. Sehr nice. Fade, Mann. Äh, wie kann ich das hier drehen? Ah, ja. Ja, 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 nice. Sehr gut. Okay, das geht oben und unten lang? Ne, oben gescheuert. Ja. Äh, hm. Okay. Unter dir, ja. Okay! Hä? Ja. Ach so! Ah, ich muss, äh, sorry! Alles gut! Nice. Du schaffst das. Ja, wirklich? Ja, knapp, aber du schaffst es, die Frage. Hier, bitte. Ach so, das geht jetzt auf beide Seiten? Ja. So, wo fliege ich jetzt? Ach so, du kommst auf der anderen Seite raus. Wo ich jetzt auch hier. Oh, okay. Oh, oh! Ach so, das bist du gar nicht. Okay, hier habe ich nur einen Knopf. Oh, ein Ball. Okay. Oh, ja, mein Bruder. Gib ihm. Ich gebe ihm. Ach, damit das niedriger wird. Dafür ist das. Wer kann ich die greifen? Gib Bälle. Ja, das war hoch. Okay. Ich füder dich. Ich verleibe einfach direkt runter, okay? Okay. Kannst du die einsaugen so? Ach so. Na, möglich. Mal gucken. Na ja, locker, easy. Ja, okay. Weiß. Lol. Ohne? Vielleicht so schwer. Nee, noch nicht. Triffst du auch? Ja, jetzt wieder, ja. Das war nicht so einfach, weil der Staubsauger nach unten zieht. Mhm. Das wird reichen. Ja. Wie kommst du rüber? Okay. 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 Geht's bei dir auch automatisch? Okay. Jetzt hier der Dark Souls-Buskampf. Ja. Du hast meine Digestation. Und du hast mich in die Luft gelegt. Ja? Nein! Du wirst beide sterben. Oh, okay. Ich kann dich trotzdem fixen. Ich kann dich wieder arbeiten machen. Nein! 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 Fine! Nein! Ich bin gleich noch nicht. Okay, den ganken wir jetzt. Ja. Okay. Wirklich ein Bosskampf. Ja. Oh, ich hab Leben. Oh, fuck. Äh. Oh Gott. Ah ja. Ich geh nach oben. Ja. Okay. Ja, in seiner Nase. Oh, Aua. Gott, das ist Spyro 2, Alter. Ich hätt jetzt Cuphead gesagt. Ja, oder so. Oh Gott. Gehst du wieder nach oben? Ja. Wenn du ready bist. Nice. Nice, du. Oh Gott. Was? Äh. Mach weiter! Oh Gott. Uäh. Das war Gott. Nice. Alter, verholi. Alter! Witz! Nice! Okay, dann hast du noch ein Schuss. Ja. Ja genau, Alter! Noch Hälfte leben. Okay. Oh mein, was ist das? Ich hab' dir nicht gesehen! Alter, der hat dich gesnipet! Leute, jetzt hast du aber mehr voll und ich hab' eine Hälfte! Warte. Ach wie, das regeneriert noch eine Weile. Ah, ist ja nett. Okay, ich komm mal in einen so'n Ding. Zwei. Perfekt, nice. Das nächste Mal kannst du nach oben. Ja. Ja. So was von bereit, Alter. Nice. Ausprobieren keine Männer. Ach doch, rechts von dir. Ja, der kommt noch nicht. Schade. Oh ja, okay. Oha. Ey, der spawnt die Dinger genau auf dem Schlauch. Ja. Doch, nicht gewonnen. Ja. Weg damit. Jo, über den auseinanderkommt. Ja. Ja. Okay. Oho, seine Augen. Ja. Oho, nein. Okay, Bruder. Jawoll. What the fuck? Also auf nem katholischen Level ist das ja schon sehr brutal, ey. Okay. Okay, so. Ich bin cool, der ist ein? Okay, ich bin super content. Ich bin super cool.